Aktuell gibt es eine geheime Challenge auf der Karte, vergesst nicht wie immer davor zu liken und zu abonnieren, danke für euren Support. Das Ganze ist eine Clombo Challenge und zwar müssen wir alle drei Orte von Clombo besuchen, also alle drei Hügel hier von Clombo, habt ihr gerade den Sound gehört, eins von drei. Der zweite Ort, also ich markiere euch erstmal den ersten Ort, den ihr besuchen müsst. Wo befinde ich mich auf der Karte? Ganz genau hier bei der Straße und der zweite müsste sich hier befinden. Dort laufen wir mal ganz kurz hin, ich glaube das schaffen wir alles ganz easy in einer Runde und wenn ihr alle drei Orte besucht habt, bekommt ihr ganz entspannt XP. Und falls ihr das Update Video von heute verpasst haben solltet, dann checkt das Ganze unbedingt ab, denn die Heavy Snipers zurück, es ist vieles gratis und vieles, vieles mehr. Zweiter Ort, habt ihr wieder den Sound gehört? Ihr seht es nicht wegen meiner Facecam, aber es wurde da oben links was eingeblendet. Das ist auch übrigens die Clombo Challenge, die geheime Clombo Challenge, ich glaube dafür bekommt ihr 10.000 XP, ist jetzt nicht so dramatisch viel, aber trotzdem coole geheime Challenge. Ich glaube Clombo, der kommt demnächst auf jeden Fall wieder zurück, safe. Und hier ist das letzte Loch, ich markiere euch nochmal ganz kurz diesen Ort auf der Karte und das letzte, ja befindet sich, ja doch ungefähr hier. Ganz genau hier auf der Karte, einmal drüber laufen und dann bekommt ihr ganz genau wie viel XP. Okay, ach super, es wurde gar nicht eingeblendet, das ist aber ganz cool. Ich glaube ungefähr, dass man da so, ja genau so ungefähr 10.000 XP bekommt ihr dafür, aber ich schaue nochmal ganz kurz auf Twitter und melde mich gleich wieder. Ganz genau 10.000 XP bekommt ihr für die Aufgabe, also lag ich da schon richtig, wurde auch richtig angezeigt. 10.000 XP für drei Orte besuchen finde ich ganz cool, vergesst nicht meinen Creator Code im Shop einzutragen, kurz geht auf jeden Fall raus. Und das war es dann auch hier schon mit der geheimen Aufgabe.